Je enger wir in Dörfern und Städten zusammenleben, desto wichtiger werden Hecken. Sie trennen unsere privaten Bereiche, geben Sichtschutz und Geborgenheit. Kein Gärtner, der noch nicht über Heckenpflanzen nachgedacht hat. Und meist spielt der Sichtschutz dabei die größte Rolle. Aber es lohnt sich auch, an unsere Mitgeschöpfe zu denken. Denn für Heckenbraunelle, Zaunkönig und Co. sind Hecken überlebenswichtig. Tiere nutzen sie als Verkehrswege, Vorratskammern, Kinderstuben und Schlafzimmer. Aber das alles können sie nur sein, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Unter einem heimischen Feldahorn modern die Blätter. Und es ist feucht und lebendig. Hier findet eine Erdkröte genug zu fressen, um über den Sommer zu kommen. Regenwürmer, kleine Schnecken und Asseln zersetzen die feuchte Streu und sind Nahrung für Igel, Kröten und Vögel. Anders sieht es unter dem türkischen Kirschlorbeer aus. An den giftigen Blättern will keiner fressen. Und unter den Büschen liegt eine Wüste. Auch die hübsche Forsütje gibt nichts her. Die Züchtung aus China ist ein Hybrid. Ihre Blüten sind steril, ohne jeglichen Pollen und Nektar. Blütenbesucher kommen umsonst. Nach dem langen Winter brauchen viele Insekten aber nährstoffreiche Nahrung. Die süß duftende Heckenkirsche bietet Hummeln und Bienen ein leckeres Menü, das sie für den Aufbau ihrer Völker dringend benötigen. In einem heimischen Weißdorn finden 163 Tierarten ein Zuhause. Das reicht von Westen, die Honigtauschlecken, über Rosenkäfer bis hin zu brütenden Neuntötern. Eine Thuja-Hecke hat ähnlich viel zu bieten wie ein Plastikzaun. Außen grün, aber innen lebt nichts. Hier können sich Vögel höchstens mal verstecken. Bei der Kükenaufzucht hilft ihnen die Thuja-Hecke nicht. Besser sind da heimische Sträucher wie Schlehe und Liguster, die Futterpflanzen von Raupen sind. Der wollige und der gemeine Schneeballstrauch werden oft von Blattkäferlarven befallen. Das sieht zwar nicht schön aus, hilft aber unseren Vögeln bei ihrer Brut. Ähnliches gilt auch für die lästigen Blattläuse. Ohne sie würden die frisch ausgeflogenen, unerfahrenen Meisen verhungern. Besonders dankbar sind viele Insekten für Sträucher mit ungefüllten Blüten. Denn hier kommen sie besser an Pollen und Nektar und brauchen weniger Kraft zum Sammeln. Mit alten Sorten und heimischen Sträuchern können wir ganz einfach vielen Tieren helfen. Das wiederum hilft auch uns. Denn wo sich viele Arten tummeln, können auch Schädlinge nicht überhand nehmen. Irgendwo lauert immer einer, der sie frisst. Schwupps war die Kröte weg. Also Hecken, was sehr Nützliches im Garten. So nützlich ...